Und es geht weiter. Hier bei unserer schönen Villa, die wir gerade bauen. Zuerst machen wir erst mal hier. Auch mal überall das Grünfeld wird. Hm, da habe ich auch Lust drin drauf machen. Und den Einlass noch einfach mal playspam. Genau, diese Sahne wird auch gelöst. Und diese Seppure wird auch gelöst. Sandstein, gemeister Sandstein. Glatter Sandstein. Was es alles gibt. Die sind eigentlich alles wirklich lecker. Es gibt Spawner. Villager, Villager Golem Spawner, Oslip Spawner, Snowlands, Mushroom Cow, Wolf Spawner, Squat Spawner. Das Charged Keeper Spawner. Das Charged Keeper Spawner. Den wird wir nachher mal angucken. Aber nicht in der Aufnahme. Den Keeper. E. E. це Keine Fahler Stecks. B. 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 Oh, jetzt zeig ich mir ein bisschen die Bildfahrung mal mit, ja. Das passiert. Kommando-Block. Was ist das denn? Wie quaffelt man sich sowas? Muss ich mal gucken. Ist doch irgendwas, was ich nicht kenne. Ja, stimmt. Lederhose haben sich das Design geändert. Sieht besser aus. Hm, 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 hm. Aber sonst ist nichts mehr. Ist jedoch... ...beschwieg ich mir beschwiegen das Buch, hm. Seht ihr noch mal die Karotte? Sie fährt mir noch gerade ein. Und das... ...ist eine goldene Karotte, die gibt's, aha. Ach ja, eine schnelle Update. Von hier, hier, die immer eingefügt. Zeige euch mal so eine Rakete. Eigentlich völlig sinnlos, aber ja. Wir lassen mal eine hoch. Und dann explodiert die so. ca. Ich habe jetzt auch noch ein Special hochgeladen, also... Oh, eigentlich, ja, ja... ...was haben wir hier? Ach, jetzt ist doch mehr Spawner Snowball... ...wes? Permanenter TNT Spawner Oh weia Ach du Scheff Das Ding spawnt in der TNT Ganz vorn Steo Spawner Minecart Spawner Minecart Spawner Wie soll ich mir das vorstellen? Spawn natürlich auch Nein Geil Halt aus, nicht mehr spawnen Oh Gott's creative Hummel wieder nach nationalen Fußball Ich goinde, mich ruhig Ich lebe, mich 89 Es war der Abenteuer Die Faktor Die innere Abenteuer Die Faktor Die 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 Wer findet die denn die Scheiße? Ja, wo ist genug rumgespielt? Wollen wir mal kurz gucken? Ich gucke nachher nochmal, ob die anderen Spawnen machen. Dieser Schadspiefer z.B. zögt mich grad ein bisschen, aber... Okay, das kann ich wohl hier nicht spornen. Nicht, dass der hier auch so... wie gerade die Minecarts spornet. Boah, zwei Karotten! Ah, dance! Juhuuu! Juhu! Nein, das wollte ich eigentlich nicht mehr. Ich glaube, das ist die Karotte, wollte ich weiter fortflemsen. Jetzt können wir bloß noch eine Kartoffel... Kartoffel... Meh, meh. Dankeschön. Und dann holen wir uns da alles. Aus. Ja, bleibst du drin, wo er hingehört. Und dann haben wir wieder ein bisschen Wolle zum Auslegen. Ich kann ja wirklich mal ein Spawn-Muck-Mau, da ist ein Zombie, ja. Und ein Creeper. Oh Mann. Ein Zombie ist eine Sache, Creeper ist eine andere Sache. Er hat das gemacht, was Peeper immer macht, explodieren. Und dämmt auch, was er auch macht. Wir halten auf den Sack gehen, aber ich kann das auch. Weg mit dir. Er hat keine Kekse mehr. Was macht das Fleisch? Ich kann damit. Wow, nicht in mein Haus. Nein. Verschwinde. Verschwinde. Ich bin nicht gebohrt. Fuhren sie aus meinem Haus. So viel kann ich auf mein Fenster reingebohrt. Hehehe, Creeper, ausgedriggst. Und noch irgendwas in mein Haus, was nicht reingehört. Ich bin nicht in mein Haus. Ich muss das ganze in Tier lang für ihn holen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, aus dem Täter, das Dach, was hat er hier gebaut. Das sieht so nicht mehr weiter hier aus. Ob dieser scheiß Kripo noch zu Hause ist. Das sieht so nicht mehr aus. Das sieht so nicht mehr aus. So. Das sieht so aus. 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 Oh ja! Das ist so aus. Das ist so aus. Das ist so aus. Ender-Männer, Zombies, Creeper, Fire! Hm, ich wusste, dass gerade nichts auf dem Dach ist. Ein Skelett hat uns bemerkt. Jetzt kann uns aber leider nichts, da wir im Haus sind. So, jetzt haben wir wieder Tageslicht und jetzt können wir nicht weitergehen. Ja, sie sind auch wieder zurück. gut Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh ne, ich glaube da war auch falsch gemacht. Der ist da hin. So, jetzt hier in die Mitte rein passt. So, jetzt hier in die Mitte rein. So, jetzt hier in die Mitte rein. Ah, warum darf passen? So, zwei, vier, vier. Mal hier rein hin. So müssen wir ein bisschen, schon mal ausgelöscht ist die Bude. Und jetzt Clothstone für mich. Und dann mache ich erstmal einen Cut. Und dann mache ich erstmal einen Cut.